Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Titanfall mit Big Mana und Dingo Viva. So, wir sind jetzt wieder auf der Map. Oh, lauf mir doch nicht vor die Schnauze. Ich weiß nicht, ne? Okay, wollen wir mal gucken, wie Wollte drauf sind. So, erstmal alle Granaten wegwerfen. Mit der Hoffnung einmal. What the fuck, Alter, mit einem Sprung? Okay, das war sehr gut von der. White Spirit heißt die. Das ist ja ein geiler Name. Der Name ist White Spirit. Und ich bin cool. Ich bin, ich bin cool. Oh, schade. Scheiße, ich habe noch keinen richtig gesehen. Doch, ich habe schon einen umgebracht mit der, soviel mein erster Kill, der war, war mit der Splittergranate. Also ich habe einen Assist bekommen. Oh, du hast einem geholfen. Ja, ne? Jetzt habe ich einen. Ja, Böje. Du machst es. Scheiße. Noch einen. Ne, scheiße, nur ein Assist. Fuck. Noch einen. Big Mana ist mal wieder hier auf. Ah ja, ich bin ja klar gewesen, ey. Kleiner Mongo, Alter. Ich sterbe, ey. Und du, kleiner Pimmel. Das ist so unnormal, ey. Okay. Okay, go. Ich will nicht mehr mit dir zocken. What the fuck, Alter. Ich kann nichts dafür. Das ist einfach so. Boah, ich bin ganz unten. Oh, der ist gut. Der ist gut. Der ist echt gut. Ja. Fuck, ey. Oh, wir haben jetzt einen Schalldämpfer. Ach stimmt, das war die doofe. Ja, ich musste meine Waffe, glaube ich, wieder wechseln. Die war nicht ganz so toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ingo, wie war. Bist du wieder hinter mir, du Mongo? Nö. Bin extra nicht hinter dir gegangen. Scheiße. Scheiße. Wuhuhuhuhuhu. Scheiße von hinten. Ach Gott, ey. Mit der Maus lässt es sich echt nicht geil spielen, muss ich sagen. Alter, was ist da denn los? Ah, ich habe jetzt einen Assi. Willkommen. Schön, was heißt nicht mehr Assist? Soll ich nennen das jetzt immer Assi? Ich habe wieder einen Assi. Willkommen. Ha! Fick dich, Alter. Niemand schlägt the bee. The bee! The bee is in the house. Alter, leckt der Typ. Hä? Ah. Okay. Ach Gott. Da ist einer mit einer sehr scheiß Ping unterwegs. Ja, echt? Hm. Der war voll am lecken, ey. Den durfte ich leider noch nicht kennenlernen. Ja, kann sein, dass er einfach rausgegangen ist aus dem Spiel. Ja. Oder abgestürzt. Kann natürlich auch sein. Alter, wer schießt denn hier auf mich? Der Typ! Wo denn? Da. Ich stecke fett. Ne, doch nicht. Was ist das für ein Dings? Alter, was ist das für ein Sniper? Weg, 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 weg. Uuuuhuuhu. Schlür weg. Alter, der hat mich voll gefickt. Scheiße. Wir haben bestimmt die Waffe, wetten? Hat er die Pistole? Hat er die Pistole? Hat er die Pistole? Er hat die Pistole. Ist ja mal wieder sowas von klar. Ja? Die cheater Pistole, wie ist sie immer so schön nennen, ey? Ja, komm hoch, so, jetzt Boah, Alter, ist ja alles explodiert an mir Schau wieder, die scheiß Smart Pistol Die gibt's nicht, die ist so scheiße Ist die, ey, die ist so scheiße Ist die, so Arschloch, wie kann das denn sein, ich hab jetzt Einen mit Schmittergranate und zwei Typen So umgebracht und ich hab nur zwei Kills Steht bei mir, aha, vielleicht Assist Warte, du hast vier Assists noch Dass du dich versehen hast und das waren Keine Pils Oh, da leckt der, da ist er Auch geleckt? Boah, der leckt die ganze Zeit, ich krieg den nicht Ah, ich hab einen Assist dafür aber bekommen Sehr schön Ist immer besser als... Boah, der war unsichtbar Den hab ich gar nicht gesehen Der war gut Boah, mit einem Schuss, ey Was war das denn? Sniper Einmal gesehen Achso, der hat dieses Skelett-Dings Und durch Wände gucken Oh, wie so eine Sheet-Funktion Finde ich nicht so... Wo ist denn das schon wieder? Ach, schon wieder der Okay Oh, ja Sorry Das gibt's nicht Ne, diesmal ist wieder so ein bisschen Ah, wenigstens ein bisschen mitgeholfen Ja, das ist doch schon mal Big Mana auch wieder da rum Bis auch Nein, doch nicht Wollte schon grad sagen Du hast grad, dachte ich Big Mana gelesen zu haben Und Ey, überall sind sie Ja So So Kommt her, Jungs Ich will einen Granaten-Kill Von wo? Ach, von da oben Ah Scheiße Cyborg Sydney heißt der Nee Sine... Was? Sine... Alter, dass die manchmal für'n Namen haben, ey Ach, ey Diese scheiß Smartpistil, weißt du Oh, ja Komm Ach, ja Geh mir auf Eier, echt Geh mir nicht auf Nüffel, ne? Oh, spring doch hoch Ja, auch, ja Mit einem Schuss Smartpistil Gib dir gleich mal Smartpistil, ey Ah Wieder mit seiner Ja Bei mir auch Der springt Das ist auch so ne Taktik Die ganze Zeit nur rumzuspringen Und dann mit dem Smartpistil Und dann halt Bapp, 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 bapp Wieder Smartpistil Krieg das hier nicht hin Echt, ey Gut Ach, da oben ist einer drauf Oh, woher kommt der? Ah, der hat so ne Art MG Okay Oh, lauf mir doch nicht im Weg, du Ach, Junge Komm, ey Gibt's doch nicht, ey Ich schieß auf einen, läuft mir ein eigener Typ im Weg Ne? Also Mehr Teamgeist geht nicht, oder wat? Echt schlimm, ey Boah, bin ich diesmal schlechter Fick dich, Alter Ich glaube, ich muss mir auch mal ne andere Waffe mal wiederholen Mal ne andere Klasse Und davon komme ich irgendwie nicht so ganz klar So Entschuldigung Meine Fresse Schon wieder der Norbert Norbert Na, ernsthaft Da ist einer, der heißt Norbert Norbert Nabi Norbert, willst du noch wat essen? Nein, Schatz Ich will nicht mehr Ich bin wunschlos glücklich Das, was du mir gekocht hast Kartoffelsalat Mit Bockwurst Lecker Nicht schon wieder, ey Das gibt's nicht Arschloche, Alter Schon wieder der White Spirit, ey Dass ich den getötet hab, ey Weil sonst würde er mir noch immer auf den Geist gehen So, jetzt haben wir wieder mal ne alte Waffe Schon wieder diese scheiß Pistole, ey Macht er zwei Kills hintereinander, der Wichser, ey Boah Manche laufen ja auch nur damit rum, ey Aber wirklich nur Naja, das ist Das ist halt ne einständige Waffe, ne Ja, aber komm, ey Das ist Gut Ist schon wieder jetzt rumgeheule von mir Aber ist doch wahr, ey Ach Gott, ey Das war die schlechteste Granate, die ich je geworfen hab Wo sind denn jetzt schon auf einmal alle? Sag mal Verstecken die sich, oder was? Nein Ich hab's grad gemerkt Ich bin wieder tot Das gibt's nicht, ey Fünf verfickte Kills nur, ey Du hast schon wieder elf Wie machst du das? Zwölf Ich weiß es nicht Ich, äh 13 Sieg 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 So, was jetzt, was jetzt? Jetzt die Leute töten Achso Abfangen Genau, da wollen sie hinrennen Aber wir fangen sie ab Scheiß, ich bin im Schuss Feld Doppelschlag Sehr schön Alter, zwei mit Elektrogranate So Einen mit der Splittergranate Bin ich der Einzige denn noch? Achso, das Ding kaputt machen? Scheiße, okay Wo freut man am besten drauf Auf die Triebwerke Aber, ey, das ist doch Wie soll man das denn kaputt kriegen? Okay, scheiß drauf Wir haben aber gewonnen Haben wir? Ja Das verste- Ey, das geht nicht Das ist doch so krank Wie geht das denn? Ich hab zum Schluss Das haben jetzt In der Aufnahme Kann ich das beweisen Ich hab eins, zwei, drei Leute Umgebracht Und hab nur sechs Kills Ich hatte vorher fünf Kills Also, ich versteh das nicht Vielleicht nur Assists Ach Du hast versehen Dass das kein Kill angezeigt hat Sondern nur Natürlich Einen mit Elektrogranate Den anderen so erschossen Oh, verfickter Scheißdreck, ey Die Elektrogranate kann töten? Ja, natürlich Echt? Oh Das wusste ich nicht Naja Mal gucken, was als nächstes Karte kommt Als nächstes Karte Sechs Kills nur Versteh ich nicht Echt nicht Das ist meine Waffe Ja Mal schauen Ach, 28 Das dauert ja noch ein bisschen Ja Wer, wer Wen ich ganz oft erwischt habe Ist dieser Greater Rice Und White Spirit Die beiden Waren auch die einzigen Glaub ich Die ich immer erwischt habe Die anderen waren irgendwie Weiß nicht, wo die waren Weil die Der Greater Rice 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 War immer an der gleichen Stelle Und dieser Och Ich geh wieder aufs Spiel Ich muss dir gleich nur beitreten Und der Spirit Der war auch Ja, der war auch immer Im Haus eigentlich Der wollte immer ins Haus rein Deshalb wusste ich genau Was sie wollten Verbinde ich gleich Da Ich bin wieder da Jetzt machen wir aber was anderes Okay Mal kurz einmal Materialschlacht Falls du noch nie Klassisches Titanfall Gespielt hast Ist das ein edler Einstieg Fallteam aus Und Punkte zusammen Gewinn Ja, dann machen wir noch Materialschlacht mal wieder Ah, das Ja Ich glaube Bei Materialschlacht Da waren sogar die Bots mit bei Ja Glaube ich Ja und echt Titans Auch wieder glaube ich Glaub schon Weiß ich nicht Nur das heißt ja Titanfall Das ist ja kein Jetzt Pilotenspiel Ja Also ein bisschen Müssen wir ja auch mal Darauf achten Stimmt eigentlich